Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Grab von Glenvale mit der Jägerin. Och, wie schön, wie schön, ich seh euch schon. Ich komme. Oh, Sprintboost. Ich habe dich getroffen. Oh, der war knapp. Über einmal habe ich dich getroffen. Somit habe ich auch die Herdgabe erfüllt. Ich muss mich nur noch einziehen mit dem Beil treffen. Na? Puh, der war gut, oder? Ah, der ist überlustet. Hab dich. Hallo Vogel. Puh, das war knapp. Nope. Ja komm, Adam. Für dich geh ich. Mein kleiner grüner Kaktus, der stand mir grad im Weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Mhm. Surprise! Den Rest könnt ihr euch denken. Ja, Lichtgeborener ist schon was Feines. Triggert mich nichts mehr als die Taschenlampe. Habe ich gesehen. Den könnt ihr haben. Ja, genau. Ein verzweifelter Versuch. Hallo, Adam. Je Sackgasse. Das dürfte ich auch schmerzhaft feststellen. Hm. Haptisch. 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 Das ist so. Haptisch. jetzt noch mal gegentreten wenn ich mir hier noch mal neue beile holen weil bei beile beile die brauche ich hallo guter adam okay der war gut den aber nicht sehr gut doch die schäbe ich auf du willst oder nicht oh wieso hindu ich hab's am orkane ja auch mich schon gehabt oh alles klar du willst sterben sei es froh deshalb Deshalb. Ja, er wird jetzt. Ah! Hier gibt's ja noch einen mit. Ah! Wie geht das denn bitte? Ah! Ah, da bist du. Ja, die Wette verlierst aber, Hübsche. Lalalalalala. Ein Problem weniger. Hm. Ach, die große Palette steht ja auch noch. Natürlich. Hängen sie auch davon. Ja, Adam. Du bist es jetzt. Ah, der Tat. Schönes Ding. Ah! Ah, der Tat. Schönes Ding. Ja, ich glaube, das war's für dich. Ja, ich glaube, das war's für dich. Ah! So, das machen wir auch schon mal kaputt. Ah, da hinten muss ich hin. Ja. Du gehst wieder da hinten hin. Ich hab's gesehen, du. Ah! Hab's gesehen, du. Ah! Ah. Ah... Ah, ah. 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 Ah! Ah... Ah, ah! Natürlich ziehst du die Palette jetzt. Tja, daneben. Du kommst erstmal schön hier hin. Nicht vorbereitet, ok. Sehr gut. Ja, wer bist denn du? Tada, habt ihr das gesehen? Natürlich bringe ich dich jetzt nicht zu dem nahen Haken. Ach, zu dem nahen Ausgang. Stehst du da hinten? Oder bist du hier? Ah, der Junge ist verletzt. So, hätten wir das geklärt. Ja genau, komm her. Hab ich dich auch? Ach, das beruhigt einen doch. Vier am Haken zu haben. Ach, schön ist das. Und noch die zwei Türen für die Punkte. Ach, das ist eine gute Tür. Schabisch, habisch, habisch, nein. Schade aber auch. Ja, trifft Jäger mit einem Überlebenden. Viermal mit einem Ballwurf. Hab ich geschafft. Gut. Ich musste, ich hatte vorhin schon drei von vier. Ich musste jetzt nur einen treffen. Aber ich glaube, ich hätte ja komplett auch die vier jetzt in dieser Runde geschafft. Ach, plus zwei ist das schön. Und auch noch einen Stufenanstieg. Wunderbar. Die Jägerin. Ja, die Cheryl. Von der habe ich nicht viel mitbekommen. Von dem Felix auch nicht. Der Adam mit der Taschenlampe. Den habe ich oft gehabt. Oft gesehen. Er hat es auch drauf angelegt. Aber er hat die Quittung bekommen. Ja, ich habe schon sehr lange nicht mehr mit der Jägerin gespielt. Ich habe es aber noch drauf mit den Ballwürfen. Jofi fand das auch schön. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Runde auch wieder begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.